Ich hatte übrigens vor ein paar Jahren einen Wohlstand auf der Tour, weil ich will kein Mitleid. Aber ich hatte bis heute noch keine Frau, die für mich gestript hat Backstage, so auf Geburtstag geschehen. Und da sage ich, wird mal langsam Zeit. Ich habe hier jedenfalls zwei Backstage. Zwei. Ich denke, die ersten Hundert werden, aber wir haben noch ein bisschen was vor. Aber ihr könnt euch schon mal drauf vorbereiten. Ich will zitten sehen, wie die Bühne. Wenn sie es mich geben, ich bin kein Exter, kein Killer und kein Dieb. Ich bin nur ein Junge, ich hatte... Oh, schaffe. Ich schaffte es nie. Und bevor es peinlich wird, die take work.